Hallo und herzlich willkommen meine Freunde zu einer neuen epischen Episode, beziehungsweise einer neuen Episode, einer neuen gigantischen Reihe und zwar zu Road to Battlefield 4 Boss. Das hier ist die erste Folge und wir spielen Sturm auf Paroxel. Eroberung Freunde. Nichts besseres gibt es als Eroberung. Hier muss man schweißgebadet andere Menschen töten. Und es gibt nur ein Ziel. Überleben. Und wir werden überleben. Und wenn es das Letzte ist, was wir tun. Und selbst wenn wir nicht überleben, ja selbst dann, haben wir es zumindest versucht. Und selbst wenn wir es nicht schaffen, dann haben wir zumindest diese gigantische und geile Karte live miterlebt. Mit dieser wahnsinnig faszinierenden Musik. Kontrolliere den Großteil der Ziele, damit der Gegner Tickets verliert. Jeder Kill kostet gegnerische Team ein Ticket. Okay. Das Team, das die meisten Tickets übrig hat, gewinnt. Und jetzt starten wir in dieses Spiel. Oh my god. Wo starten wir am blödsten? Wir starten bei... Bei Kimberly. Also was starten wir? Als Sniper. Uh, geil. Das war eine schlechte Idee von mir, als Sniper zu starten. Aber macht ja nichts. Ähm... Können wir jetzt... Ah, okay. Wir spawnen wieder neu. Äh, wir nehmen den Sturmsoldaten. Und zack. Wir spawnen wieder bei Kimberly. Mal gucken, ob das was wird. Los Kimberly, bewegt deinen fetten Arsch. Du Bastard. Wir müssen angreifen. Jawohl. Fuck, Alter. Deckung. Shit, man. Die gehen da richtig ab. Nicht schlecht. Okay. Okay, er hat noch 70%. Ein bisschen komisch, dass man nicht angezeigt bekommt, wann man wieder spawnen kann. Also jetzt hier eben in der... In dem Screen hat man das gesehen, aber nicht, weil man tot ist. Ein bisschen komisch. Oh, oh. Okay, wir spielen anscheinend die Chinesen. Wir haben ja nichts besseres zu tun. Wir sind also aus dem Keller der verdammten... Verdammnisfabrik entkommen. Ist schon mal schön. Dass das so gut geklappt hat. Die Grafik ist einfach Hammer, Freunde. Glaubt ihr mir das? Oder glaubt ihr mir das nicht? Aber es sieht schon geil aus. Oh. Yeah. Oh Gott. Das Scoreboard ist ein bisschen scheiße gemacht. Das braucht irgendwie ewig. Keine Ahnung warum. Ich muss mich erstmal ein bisschen langsamer hier fortbewegen. Ich weiß auch leider noch nicht, wie man die Gegner markiert. Das ist ein bisschen scheiße. Okay, die spawnen anscheinend hier vorne. Vor uns irgendwo. Zumindest einer. Leiser. Shit, er ist schon down. Hier oben gibt es irgendeine Waffe oder so. Wenn ihr das mal auf der Minimap begutachtet, dann seht ihr da so eine komische Waffe. Ich bin mal gespannt, was es hier gibt. So, ich kletter mal hier hoch. Solange sie das Ganze hier nicht zerbomben, ist das eigentlich gut. Wo habt ihr her? Alter Schwede. Von der Distanz nicht schlecht. Okay. Das kleine Medi-Kit bringt auch nicht viel. Wie es aussieht. Okay, dann gehe ich mal besser wieder runter. Okay, dort ist einer drin mit dem Raketenwerfer. Den kriegen wir leider nicht. Es ist schwierig hier, Leute. Die Map ist verdammt groß. Da einen Gegner zu sehen, ist nicht so einfach. Der Commander ist offline. Was? Unser Commander ist offline? Nein. Verlass uns nicht, Commander. Commander. Warum? Okay. Das ist ein Sniper. Der wird jetzt auf den Turm da hochgehen. Und Campen. Der hat ja nichts besseres zu tun, als zu Campen. Zu K-K-Campen. Okay. Hier gehen wir mal schnell in das... Oh, wir haben gerade einen Stein weggeschleudert. Yeah. Komm. Bam. Fußball. Fußball, Fußball. Hey, wer will meinen Stein? Fuck. Oh. Verarsche mich nicht, Junge. Oh, da kommen zwei Gegner. Da hinten ist einer. Jawohl. Der erste Kill in Battlefield 4, meine Freunde. Das ist ein Erlebnis. Das ist eine neue Weltpremiere vom Allerfeinsten. Aber sowas. Alter, was hier oben alles rumfliegt, das ist ja... Das ist ja göttlich. Das Spiel ist ja göttlich. Könnte man schon fast sagen. Okay, er ist down. Ich sehe hier auch leider gar keinen. Oh. What the fuck. Okay. Hier haben wir da Pistol. Aufklärer. Was? Na ja, was soll's. Wir spawnen jetzt mal... Was brauchen wir denn am blödsten? Ähm... Ich möchte gern mal zu E. Genau, zu E. Tada, da bin ich. Hallihallöchen. Oh, oh, oh. Ein Sturm zieht auf, meine Freunde. Das ist gar nicht gut. Oh. Dort oben kämpft er. Das weiß man wahrscheinlich. Ich muss hier erstmal in Deckung gehen und am besten einen besseren Überblick über die Map finden. Das geht hier oben am besten. Granate raus. So. Okay. Ich hab keinen Plan, wo die spawnen. Ah, da war einer. Ah, ne, ist unserer. Sorry. Ah, das ist doch ein bestimmter Commander, oder? Oder ein Squad Leader. Eins von beiden. Hm. Gute Frage, nächste Frage. Da, 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 da. Und greifen die Mahn? Okay, dann greifen wir als C an. Wenn's nicht anders geht, Herrgott. Da, 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 da. Dort ist doch einer. Auf so'n kleinen Boot. Der Sturm zieht auf. Sieht schon mal gut aus. Dann sind wir am Vorteil. Dann können wir besser angreifen. Im Nichts greifen wir an. So. Von allen Seiten. Wir kesseln sie jetzt ein. Komm. Schwimm, schwimm. Wir sind hier die übelsten Sportler. Speed-Schwimmer. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Dort oben ist ein Jet. Und ein paar Vögel. Hallo, Vögel. Greifen wir meinen Jet an. Komm, ein bisschen schneller hier. Hoppladiopp. Schneller. Schneller, wir schwimmen. Oh mein Gott. Da sind sie. Bam. Zack, zerstört. Der Commander dort oben in diesem, ja, Flugzeug zerstört auch heftigst was. Das ist ja kritisch, Freunde. Das ist ja wirklich kritisch. Okay. Toll. Fuck. Ein Sniper. Oh, wir haben ja einen Noob-Tube dabei. Geil. Wenn ich nur wüsste, wo der Noob-Tube ist. Irgendwo dort. Oder das Schiff hat uns angegriffen. Das kann auch sein. Das wäre aber richtig scheiße. Ich gehe am besten hier in das Haus rein. Oh, fuck, 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 fuck. Fuck. Alter Schwede, geht das ab. Äh, ich glaube, wir nehmen uns diesmal ein Jet oder so. Das wäre wahrscheinlich das Beste. Wo gibt es denn Jets? Hier gibt es, ähm, ein Wassermotorrad. Oh, ein Jet. Jawohl. Jetzt geht es ab. Oh, wir spawnen hier mitten in der Luft. Okay, mal gucken, wie das abgeht. Wuhu. Oh, der Commander brennt. Alter. Das ruckelt aber ganz schön. Also, der Jet, keine Ahnung, was der macht. Was mit dem los ist. Ich glaube, ich habe auch keine anderen, ähm, Waffen. Danke. Los, 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 sagen wir mal denen, Leute. Ach, schade. Da, 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 da. Was? Charlie. Wuhu. Oh, shit, man. Wir müssen abheben. Aber schneller, ey, nichts, Freunde. Ähm, habe ich keine anderen Waffen, oder was? Ah, doch. Ich kann ja wechseln. Stimmt ja. Das ist ja das Gute. Aber, ich muss erstmal irgendwen anvisieren. Das ist nicht so einfach. Da ist ein feindliches Waffen, östlich deine aktuellen Produktion. Ähm, wir müssen jetzt mal hier lang fliegen. Hui. So, ähm, wo ist denn der Heli? Die, shit, ist gar nicht gut. Fuck. Ich habe, äh, die Flares vergessen, also diese, keine Ahnung, wie man das nennt, ähm, diese Abwehrsachen. Aber, die haben eh mit einem MG geschossen, was ziemlich overpowered ist, finde ich. Aber, was wollen wir machen? Können wir in dem großen Ding spawnen? Geht das? Geht nicht. Schade. Äh, ich hätte gerne nochmal einen Chat. Ginge das? Ob das gänge, Freunde? Ah, ein Heli. Ich weiß nicht, ob der gut ist. Nee, ihr seht's hier selbst. Ich glaub, der ist nicht gut. Hm, was nehmen wir dann? Scheiße, was nehmen wir? Ich hätte gern einen Chat. Dort kommen wir nicht rein. Äh, okay. Okay, dann nehmen wir den. Schnell, schnell. Ach, nee. Ist das nur ein Teamjet, oder? Das wäre ein bisschen blöd. Ah, schade. Ist nur ein Teamjet. Naja, wir gehen dort auf die Insel, würde ich sagen. Wenn wir das schaffen. Äh, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Leider kann ich nicht schießen. Ist ein bisschen schade. Okay, landen. Uiuiui. Raus hier. Ab ins Wasser. Was? Was? Ey. Das ist aber unrealistisch. Ja, Freunde, man kann hier ins Wasser fallen. Ohne zu sterben. Ich bin Turmspringer. Also, von Beruf sogar, ja. Das ist hier unrealistisch. Na gut, wir nehmen den Jet. Geht auch. Und ab geht die Post. So, die Flares können wir schießen. Okay. Mal gucken, ob wir diesmal einen treffen. Den feindlichen Heli möchte ich gerne treffen. Mal gucken, ob das geht. Anvisieren, anvisieren. Jawohl, ja. Zack. Sehr schön. Nice gemacht. Fuck. Nein, Mann. Ich will noch nicht sterben. Mein Jet geht nicht. Soll nicht kaputt gehen, Alter. Scheiße, die schießen mit dem komischen Boden auf mich. Das ist... Raus hier. Raus, raus, raus. Jawohl. Fuck. Hoffentlich sehen die mich nicht. Das wäre ein bisschen traurig. Komm vor, vor, vor. Und jetzt schwimmen. Was das Zeug hält. Ohne Lieferung. Tauchen, tauchen. Jawohl, wir tauchen. Sehr schön. Die sehen uns nicht. Schön hier runtertauchen. Wie lange kann man eigentlich tauchen? Wäre die nächste Frage. Egal. Erstmal Medikit rein. Ging, yo, chong, chong. Noch eins. Sehr schön. So, jetzt... Jetzt Noob-Tuben wir erst mal das Ding weg. Shit, geht nicht. Ah, Mist, ich treffe nicht. Wir müssen schleunigst auf die Insel erstmal. Au, au, au. Weilung. Oh, hier gibt's... Feindliche Pakete. Gib mir die. Gib mir die. Gib mir die Scheiße. Oh, oh, oh. Da geht's ab. Zu spät. It's too late To save the world It's too late, my friends. Oh, jetzt spawnen's alle bei mir, oder was? It's too late. Too late. Geht leider nicht. Schade. So.